ja hallo ich möchte euch heute hier mal schnell ein paar bilder zeigen von einer alten antiken pickelhaube seht es euch einfach an die bilder und wenn ihr euch die bilder etwas genauer ansehen wollt dann drückt die pause taste und zoomt sie euch an ich habe auch noch andere pickelhauben in meinem kanal die könnt ihr euch auch alle ansehen gut viel spaß damit so 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 Untertitelung des ZDF, 2020